Musik Mir war vor allen Dingen die positive Resonanz anderer Kollegen wichtig. Das heißt Erfahrungsberichte, wie eben ehemalige Mitarbeiter die Firma beschreiben. Ich will natürlich auch bei einem guten Unternehmen arbeiten, wo ich auch von dem Ruf profitiere. Ich möchte Aufstiegsmöglichkeiten haben, Weiterbildungsmöglichkeiten. Also mir war es halt schon wichtig im Vorfeld zu wissen, dass das Aufgabengebiet vielfältig ist. Dass einem Vertrauen entgegengebracht wird, dass man schon irgendwie zu seinen Zahlen, zu seinen Zielen kommt, aber der Weg dorthin mehr oder weniger einem selbst überlassen bleibt. Also mir war es wichtig, dass ich in einem großen Unternehmen starte. Noch besser dann natürlich in einem internationalen Konzern und noch besser natürlich beim Marktführer. Hier ging alles ratzfatz. Das war schnell. Ich hatte direkt eine Antwort nach wenigen Tagen. Da ist endlich mal jemand gewesen, der gesagt hat, ich lerne dich als Person kennen und will genau dich im Team haben. Und natürlich ist Randstadt immer ein Begriff und immer der Spitzenreiter gewesen und natürlich möchte man dort auch gerne arbeiten. Man hat eben diese Hierarchiestufen, man hat Entwicklungsmöglichkeiten. Man hat auch die Möglichkeit im Prinzip auf der ganzen Welt zu arbeiten, weil es eine sehr große Firma ist, sehr viele Niederlassungen hat. Und dann natürlich, dass Randstadt auch sehr mitarbeiterfreundlich ist, was Sozialleistungen angeht, was die Einarbeitung angeht. Also das sind so Sachen, die mir schon wichtig sind als Mitarbeiter und die mich beeindruckt haben natürlich. Also das Gesamtpaket hat im Endeffekt dann gestimmt. Ich habe schon bei anderen Unternehmen gesehen, dass man da auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird. Ich denke auch, was Randstadt da in die Weiterbildung, in die Einarbeitung investiert, ist viel wert. Man muss wissen, mit welchem Kunden arbeitet man zusammen, wie sind die Mitarbeiter, wie kann ich mit den einzelnen Personen umgehen. Und sich da schnell umzustellen, das ist genau mein Ding. Natürlich sind die ganzen Prozesse bei so einem großen Unternehmen wie Randstadt viel geordneter. Das ist ein Weltkonzern und das macht es mir natürlich auch einfacher, weil mir Randstadt einfach da andere Möglichkeiten an die Hand gibt. Was mich sehr überzeugt hat, war, dass meine persönliche Meinung auch gefragt war und das vom ersten Tag an. Das gibt es nicht bei jedem Unternehmen, würde ich sagen, dass man wirklich fokussiert an sich arbeitet. Also ich denke, dass Randstadt mir eine große Zukunftsperspektive bieten kann. Was mich überzeugt hat, dass bei Randstadt wirklich auch Werte nach außen getragen werden und auch zählen. Das ist eigentlich genau das, worauf du auf Deutsch gesagt hast, worauf du Bock hast. Da habe ich zugepackt, total motiviert und war dann dran. Ja, und da bin ich jetzt.